Ja, war ich einmal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2, wie immer auch fränkisch. Wir waren hier stehen geblieben und wollen jetzt die persönliche Quest weitermachen. Auch ein guter Satz, dass ich sag, wir waren hier stehen geblieben, weil jeder jetzt sofort weiß... Ah, da! Natürlich! Ja, da will ich gleich rein, aber ich will noch diesen Kiefer-Schössling. Gut. Jetzt können wir bitte. Ja, ab in die Instanz. Das ist doch dämlich. Wieso geben wir uns solche Mühe? Lasst uns alles hochjagen und gut ist es. Da hast recht. Prinzipiell bin ich da total auf deiner Seite. Also, Gaara. Da versammelt sich eine ziemliche Menge. Seid ihr bereit, ihnen die Augen zu öffnen? Ja, aber den Schamanen wird nicht gefallen, was ich sage. Wenn ich den Gott falsch nenne, werden sie versuchen, mich zu töten. Das regeln wir schon. Ihr übernehmt das Reden. Wir kümmern uns um die Störenfriede. Schaut euch all diese Grawle an. Wie es auch ausgeht, interessant dürfte es... Da kommen sie doch schon. Grawlejäger, Grawlechamane, Bessaker. Und jetzt müssen wir gegen alle kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Was habe ich mich da eingelassen? Hört mir zu. Ich habe den Eisgott gesehen und sage, er ist falsch. Lüge! Die anderen Schamanen warnen vor euch, Gaara. Ihr wart das Paradies nicht wert. Nein. Der Gott versuchte, mich zu töten. Und er hat versagt. Er ist kein Gott. Er ist nur ein Tier. Lügen. Alles nur Lügen. Rückkopplung schleife gestanden. Ihr müsst mir zuhören. Ihr sollt mich in die Höhle gehen. Mich. Das Optik. Ich fühle mich riesig. Wie könnte ich... Sie jetzt gegen alle nach anderen da kämpfen, oder was? ...ein echter Gott wäre. Das ist ein Sekt. Das ist nicht Gaara. Er ist falsch. Seht her. Ihr wisst, ich bin Schamane Gaara. Und ich sage die Wahrheit. Der falsche Gott will uns nur fressen. Was ist denn du da? Bald kommt er uns alle holen. Nein. Hört ihm nicht zu. Umzingelt sie. Lasst euch nicht täuschen. Der Eisgott ist kein Gott. Seht ihr nicht. Ein falscher Gott ist euch nicht wert. Wir brauchen einen neuen Gott. Einen echten Gott. Ja, ein echter Gott. Ich könnte... Ja, hallo. Welchen Gott bietet ihr uns? Genau. Wenn wir dem Eisgott abschwören, wer beschützt uns dann und macht uns stark? Nun, diese Fremden beschützten mich. Sie sind stark. Ja, ich bin Gott. Besser Sie als ein Eismonster. Jawohl. Ich zeige euch die Macht des Eisgottes. Rückkopplung, Schreife gestattet. Körperwärme, gesund. Wirbel, wirbel, wirbel. Wie fällt denn der aus? Der Eisgott gab mir große Macht. Meine Hand entfesselt seinen Zorn. Ich fühle mich riesig. Warte sagen, interessiert mich das nicht, was der macht. Noch nicht. Gucken, was er noch so in der Hinterhand hat. Oh, da. Den hat er noch in der Hinterhand-Katz. Ich bleib einfach stehen. Tue einfach so, als würde es mich nicht interessieren. Einfach nicht. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Perfektes Timing auch nicht mehr von meinem Wirbel, wenn die Slande auftauchen. Sicher hervorragend. Dann ein anderes Mal. Und es hatte die Macht des Eisgottes. Ich sah es. Sie ist stärker. Doch Gaara bewies nur, dass Stärke keinen zum Gott macht. Stehen wir Gaara und den Fremden bei. Kämpfen wir gegen den falschen Gott, wenn er herkommt. Dann suchen wir uns einen neuen, einen wahren Gott. Yay. Yay. Hüpf, hüpf, roi. Ich kenne mich mit Ansprachen nicht aus, aber ich denke, diese hat Eindruck gemacht. Jetzt müssen wir uns bloß noch um die Söhne Svanias und ihre hungrigen Drachendiener kümmern. Es wird nicht leicht. Fast alle unserer besten Krieger sind dahin. Unserem falschen Gott geopfert. Ich weiß nicht, ob ihr Götter, Bestchen oder etwas anderes seid. Aber ihr seid stark genug, gegen das Eismonster zu kämpfen. Werdet ihr es tun? Aber ja. Deshalb sind wir doch hier. Wenn die Drachendiener euch und euren Stamm holen kommen, warten wir schon auf sie. Danke. Ich bereite mein Volk auf den Kampf vor. Lieber sterben wir im Kampf, als dass wir als Mahlzeit enden. Verständlich. Was gibt es denn hier, Legerex? Accessoire. Am Lädter oder Ring. Und was ist das? Crawl-Anhänger. Ein Accessoire. Ah, passendes Accessoire mit Kraftpräzision, Kraftvitalität, Kraftzähigkeit. Vitalität, Zähigkeit. Das lief ziemlich gut. Das benutzen wir doch gleich, oder? Warte mal, dann machen wir das. Zack und zack. Jawohl. Wollen wir gleich anwenden und ausrüsten. Yeah. Gut. Okay. Hast du noch was zu sagen? Gut. Berichtet. Gut. Also, hinaus. Jetzt geht es weiter mit 47. Das bin ich noch nicht. Das heißt, jetzt kann ich wieder erst einmal ein wenig die Gegend erkunden. Wo müssen wir prinzipiell hin? Da hoch. Ah ja. Da war ich ja dann. Schon mal. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich könnte jetzt mal da rüber oder erst einmal da runter. Da. Ich glaube, vum. Vum. Mach ich jetzt. Ich mach einmal wum. Junge Kräuter. Ich will junge Kräuter haben. Mehr junge Kräuter. Von einem Gebirgspuscher bewacht. Von zwei Gebirgspuschern. Ich fühle mich riesig. Gut. Schwarzlöwentur. Knoblauch. Oh. Das ist auch mal wieder gut. Da habe ich schon fast nichts mehr. Diese Viecher, ne? Stark. Ich finde die echt stark, wie die ausschauen. Das haben sie schön gemacht. Kieferschöseling. Komm her. Gib mir deine Sachen. Was gibt es denn da? Warum gibt es da junge Kräuter? Wo soll das sein? Kann man da etwa irgendwo hoch? Muss ich mal hin. Na komm. Na komm. Komm schon. Manchmal, ne? Springen. Kann ja nicht so. Warum gibt es da junge Kräuter? Was ist denn hier? Adler. Da gibt es noch mehr Adler. Gehen wir mal entlang. Am Ende habe ich da jetzt was Tolles entdeckt. Wahrscheinlich auch nicht, aber... So. Mal runter. Ey. Bist du offen? Lebenspunkte erhören sich. Ach komm. Musst du mich jetzt was annerven. Was fand das? Rosmarinzweig. Oh ja, das hat sich gelohnt. Da brauche ich viel, viel mehr. Damit kann man nämlich irgendwas kochen. Fetzbrochen. Eiswürmer. Ja, jetzt ist gut. Jetzt hören wir mal auf, ne? Bin ich denn hier? Das ist zugleich total toll und uninteressant. Deswegen bin ich verwirrt. Kann man hier irgendwas tun? Ne. Da komme ich ja nirgends hoch. Komm hier hoch. Aber da kann ich drauf. Und dann kann ich da hochhüpfen. Und dann komme ich hier hin. Und dann... Dort. Nein, nein, nein! Ach so knapp. Okay, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Schön. Juhu. Juhu. Okay, go. Da bin ich schön runtergefallen. Aber vielleicht geht es da irgendwo hoch. Das muss ich mal irgendwann in einer freien Minute nochmal austesten. Aber nicht jetzt. Ich habe gerade Hunger. Ich weiß auch nicht. Ich freue mich dran. Gestern habe ich das erste Mal in meinem Leben ein richtig schönes Geschnetzel gemacht. Ja, so richtig selber und so. Was macht meine Mitbewohnerin, um die jetzt mal so zu nennen, meine Großmutter. Isst ihr Portionen, schmeißt den Rest weg. Ich war sehr enttäuscht. Hätte ich gerne noch zwei, drei Dach davon gegessen. War so eine Riesenportion, die ich gemacht habe. Dann schmeißt sie das einfach weg. Das Dach ist ja... Ja, die Stiefel bringen mich um. Aber es ist zu kalt, um dir umzuziehen. Was hinterlasse ich eigentlich für lustige Dinosaurier spuren? Rückzug! Ach komm, das machen wir mit. Was hier? Helft was? Wen? Was? Was? Finden und töten. Klar bin ich dabei. Wenn du mir jetzt den Eingang zeigst. Da? Ne. Ist doch... Ja, was soll ich denn da hinkommen? Ah! Edmund, Alter. Ach so. Naja, Gott. Dann nicht. Ein Schlüssel Zwergengrabsteine und beschützt die Forscher der Abtei. Da ist ein Grabstein. Den kann ich mal entschlüsseln. Verstehe ich jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Aber ich bin begeistert. Wissen ist der größte Schatz. Ja. Oh, Reparatur. Willkommen in unserer kleinen Welt. 84 Kupfer hier. Alles in Maßen, selbst das Maß. Aha. Ich habe da schlaue Sprich drauf. Wo geht es jetzt da anüber? Nein? Und überhaupt da hoch, oder was? Nee, aber da ist... Was ist denn das? Wahrheit und Wissen sind zwei verschiedene Dinge. Oh. Was ist das jetzt? Aha. Da ist Kupfer. So, und du? Da will ich nicht drinstehen. Ich weiß so nicht, was du tut, aber... Das habe ich glaube ich gut gemacht. Und das habe ich auch gut gemacht. Habe ich auch gut gemacht. Kann ich die nochmal lesen? Machen wir es gleich nochmal. Außer, jetzt bin ich 47. Ja. Sieben Slot-Fähigkeiten. Pfff. 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 Nee. Jetzt kann ich es nicht mehr. Schaut. Okay. Ach so. Halt. Hier. Jetzt auch. Jetzt weiß ich, was ich noch wollte. Schaut das jetzt irgendwie anders aus wie die anderen schon. Äh. Wie... Wie... Ich sehe doch immer noch aus wie... Sonst was. Ich muss mich aber wieder verändern. Mittag. Machen wir mal. Mittag. Und... Und da machen wir mal auch irgendwas. Okay. Machen wir mal die Pflaume noch hier. Machen wir es mal zum totalen Spaßfaktor. Hä? Jetzt schaut er doch total lustig aus. Gott. Schaut es hässlich aus. Wahnsinn. Ich brauche mal ein wenig mehr männliche Farben. Nehme ich mir so pink und so... Männlich. Ah. Hier vielleicht. Ah. Das sind noch Grabsteine. Okay. Sucht ihr nach Wissen? Nee. Schließen wir die dritte Zeile. Was habe ich denn jetzt für einen Schaden gekriegt? Wo ist denn das? Bin ich vergiftet worden? Ich bin schon wieder vergiftet worden. Kann ich jetzt so machen? Und dann wird mir da eine... Nö. Doch. Okay. Verstehe das Prinzip zwar immer noch nicht, aber... Scheint auch nicht so wichtig zu sein. Abdeitüben. Hm. Ich kenne den Blake. Ihr könnt von mir nichts verbergen. Wir wissen so wenig. Zu viel ist vergessen worden. Interessant. Ja, ja. Interessant. Da ist noch ein Abdeikeleiter. Der Forscher sagt, dass die Zwerge verhindern wollten, dass ihre Besitzungen in Farneseanfällen... Das Querlesen von Grabsteinen ist gefährlich. Ja. Ah. Einfach stehen. Einfach stehen bleiben. Gut. Das habe ich jetzt gemacht. Aber jetzt habe ich hier gar keine Zwergengrabsteine mehr. Wo sind da noch welche? Ich brauche noch ein paar. Hast du noch einen? Du hast noch einen. Ähm. Erste Zahl. Okay. Und jetzt ist noch einer. Wo? Wo? Da. Erhöhte Toxizität. Das ist ja egal. Ich habe es gewonnen quasi. Das sind schon tolle Dinge, ja, die ich da bekommen würde. Aber ich bin nicht. Ich will einfach nicht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Kann ich schon wieder was zerlegen? Kann ich nicht. Okay. Gut. Das hätte ich erforscht. Wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hier rüber. Aber jetzt bin ich ja auch schon 47. Jetzt könnte ich ja da hin, oder? Machen wir das doch. Wo ist da der Reporter? Hier. Oder? Ja. Da gehen wir hin. Da sind wir gut. Und nach da. Oder? Jetzt macht es halt einfach kaputt. Hm. Spungbeinig. Ähm. Da. Da raus, oder? Ach, da hätte ich ja einfach... Okay. Das konnte ich jetzt nicht ahnen. Da gleich den Online-Porter nehmen. Hätte können. Wie viel Geld habe ich? Nee, nicht das. Da. Und haben wir Quinn schon wieder wen? Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Du bist nicht du? Ach, du bist der... Gott, siehst du, warum seht ihr alles so gut aus und nicht so schlecht? Okay. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis demnächst. Tschüss.